Eine Minute Leute, dann bin ich am Haus. Ich rauf rüber, gib mir Deckung. Hab wieder einer. Stirb leise. Ich mach nur eine schöne Musik von Franky, während er zu mir rüber rennt. 30 Sekunden. Ich seh gelben Rauch, willst du beide von dir? Ich seh 10 Sekunden, gib alles. Server antwortet dich. Jaaa! Falky! Falky! Falky, ich lebe dich, Falky, ich lebe dich, Falky! AAAAAAAA! Nein! Und er macht die Animation bei mir noch weiter, weißt? Falky! Mir schaats. Private, den hat's erwischt. Drei Theoristen weggezogen. Mich hat's erwischt. Private, bleiben Sie vorsichtig. Private Hobo. Ich werde mich nicht wegbewegen. Kannst du jeden mehr. G-O-T-E-S-W-E-S. Private Franky, äh Private Franky, sind Sie zu Arsch. Scheiße. Ich wollte gerade sagen, ich hab's noch gerade oder? Nee, nicht. Du bist dann außerhalb meiner Sicht fällt es. Klasse, noch ein Schuss in meiner Säen. ich hoffe du hast ein scheiß erste hilfe pack dabei sonst kann ich nicht mehr gehen ich habe kein erste hilfe kit mehr meine beine ist nach marsch private nein private ich krieg rüber geben sie es nicht auf wenn unter der id findet ihr nix wie lange bleibt ihn noch 145 sek ich habe ein ich habe mir sein erst ein ich glaube ich sollte es schaffen das haben sie vorhin auch gedacht das ist ein schlechtes anzeichen da ist ein feind neben ihnen private und der feind neben ihnen schießt auf mich private schießen sie zurück ich bin mir nicht sicher ob ich das schaffen werde und ich bin mir sicher dass ich das nicht schaffen werde das bin ich mir aufsicht deswegen suizid nein private hinterfels versteckt sie nämlich auf den gegner private nein hat nix gebracht scheiße ja schweine ich fick euch alle er kämpft drüber er kämpft drüber die sein 8 g Ich hole mich mehr auf. Ich bin hit!